ARD Text im Auftrag von Funk Ist das dein scheiß Ernst? Das ist mein Parkplatz, Mann! Ey, du Penner! Das ist mein Parkplatz, Mann! Verpiss dich! Zu spät. Ey, wir waren zuerst da! Pass mal auf, du fährst sofort deine scheiß Karre weg, sonst gibt's Ärger. Hast du mich verstanden? Trauen sie mir? Hast du dir das etwa gefallen? Scheiß auf den, ich hab eh keine Zeit zu diskutieren. Ich muss in die Werkstatt die Kratzer wegmachen lassen. Was? Aber ich dachte... Hey! Nimm die Kohle! Ich nehm die Apfeltorte. Alles klar, gern. Und? Keine Ahnung. Was denkst du? Aber es wär schon nicht schlecht. Was hab ich von den Aktien, wenn ich weiter an der Stange tanzen muss? Eine Stange des Strips? Nur tanzen. Eigentlich wollte ich mal Tänzerin werden. Aber für ne richtige Ausbildung gab's kein Geld. Das Geld hat sowieso nie für irgendwas gereicht. Deshalb wär Kohle echt mal super. Und was machst du dann damit? Am liebsten werd ich heiraten und Kinder kriegen. Ich wünsch mir schon so lange ein Baby. Und Rocco hat immer gesagt, wir könnten uns das nicht leisten. Aber jetzt könnten wir. Echt? Ja, total. Du, mir brauchst du bloß einen Schnuller zeigen. Ich hab das Gefühl, mir schießt die Milch ein. Ich meine, ist das nicht Schicksal? Die Erbschaft? Endlich kann ich machen, wovon ich immer geträumt hab. Aber Aktien, was soll ich damit? Und du? Kinder, auf gar keinen Fall. Ich hab ja nur nicht meinen Mann. Ich bin ja erst 23. Aber irgendwas musst du doch vorhaben mit deinem Leben. Ich meine, irgendwelche Träume hat doch jeder. Ich wollte mal Kickbox-Weltmeisterin werden.